So, da sind wir auch wieder zurück. In der letzten Folge hatten wir ja die Session neu gestartet, deswegen sind ja zu viele Mobs hier wieder unterwegs. Wir konnten auch wieder ein paar Punkte und ein bisschen Loot sammeln. Ich guck mal eben, Inventar, ja, es müllt sich schon wieder so langsam zu. Und sind dann hier oben in Sonnenhollow gelandet, vor dieser Höhle, wo ich jetzt gerade nicht wusste, waren wir da schon drin oder nicht. Wir schauen mal kurz rein. Hm, der hat es hinter sich. Ich glaube, ich glaube, das war doch die mit dem... Nicht wirklich. Ich dachte, da wäre der Endgegner drin gewesen. Wer schießt so? Schießt doch einer. Ach, er hier. Zack. Und tschüss. Jasper, achso, ja, ja, ja. Das war ja das hier mit den, äh... Sklaven, Zwangsarbeiter, noch wie war das noch. Da ist er doch. Sklaven, sag ich doch. Ha, ha, so kann man also auch seinen Ruf erhöhen. Einfach nochmal reingehen. Dann machen wir uns hier mal vom Acker. Lad, lad, lad. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da unten waren wir also schon. Das ist da... Naja. Man könnte jetzt doch, aber das will ich jetzt auch nicht euch zumuten, da wieder komplett rüber zu rennen. Das heißt, wir gehen... Ja. Einmal quer links rüber. Mal schauen, was hier hinten so los ist. Patsch, patsch. Na, ich höre sie doch schon wieder. Dengel, Dengel. Fanatiker. Losschwurz. Aha. Ja. Komm her. Ja. Ja. Naja, komm schon. Irgendwie... Klappt das nicht so, wie ich will. So, Level 13. Naja, okay. Jetzt aber. Na, komm schon. Geh doch. Wie man sieht, hier oben waren wir schon und rechts in der Ecke hat dann noch so'n Boss gesessen. Was hat er mir denn gegeben? Äh, das bringt mir auch nicht wirklich viel. Das auch nicht. Was haben wir denn? Die Rüstung ist zu schwach. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder in die Stadt und ein bisschen was verticken. Stiefel, 24, Konstitution, Geist. Naja, behalten wir mal den Fokus ein bisschen auf die Rüstung. Gekühlter Stahl, da haben wir auch schon einen von. Bringt nix, bringt nix. Die Hose. Äh, ich guck mal. Bringt uns... Was bringt uns das? Ach, die haben wir schon länger, ne? 5% Leben. Hm. Gesundheit. Äh, 35. Ich glaube, ich lasse das mal so. Es ist immer schwierig zu sagen. Übrigens können wir hier noch ein Punkt verteilen. Wir machen mal einen auf Konstitution. So. Jetzt gehen wir, äh, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, hier rüber. Na ja, im Rudel sind sie dann doch ein bisschen stärker. Nichts? Kein? Dude? Das holt sich ja überhaupt nicht. Ja, kommt doch her. Wie verfehle ich den letzten Zeit ziemlich oft? Ich muss mal gucken, wie ich die Treffsicherkeit erhöhe. Na. Zack, und schon wieder Level ab. So, jetzt mal hier den Froster-Menschen wegmachen. So. So. Ach, losse ich nicht. So, raffinesse, geist, geist, raffinesse, bunt physischer, durchschlagsschaden, durchschlagsschaden, schadensdauer. Und geist, magie, magie, energie, magie, energie, 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 bonus, ja, das bringt mir nicht so viel. So, jetzt mal kurz die Situation und immer finden, lässt du. Na komm schon. Zack. Und dann können wir noch in unserer Klasse was verteilen. Ich weiß gar nicht immer, was ich hier nehmen soll. Ich finde es nicht nur eine Schlagflöcher, sondern ich finde es nicht nur eine Katarne-Kautisch-Energie. Physischer Schaden, minus 12%. Äh, was? Wieso dit? Hm. Finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Gut, es wurde im Tod. Wir sterben nicht. Da gibt es Konstitution und Leben dabei. Das kriege ich doch. Ich weiß nicht. Da haben wir denn mal den Sprengmeister. Achso, der mit seinem Brennenschwert, ne? 100% Waffenschaden, 12% Feuerschaden, plus 15% physischer. Machen wir hier mal 2 rein und... Konstitution, Raffinesse, Leben und Geist wird... Oh, er erhöht. Das können wir aber hier auch beim... Soldaten. So. Nur mal hoffen, dass das ein bisschen was gebracht hat. Und wir stehen schon wieder vor einer... Höhle. Die... werden wir jetzt mal eben ausräumen. Hoffe ich. In den Klammern. Waren wir schon? Ich weiß es nicht. Kann ja... Quatsch, kann ja gar nicht. Ne, waren wir nicht. Ach, ist das lästig. Na, jetzt. Komm schon. Pritzel, Bratzel, das war's. Stumpfe Hau da. Hau was? Nehmen wir nicht mit. Hau, Scherpe. 10 Rüstung, 7 Rüstung. Rüstungswert. Mach 3 mehr. Dafür geht alles andere, aber... Mächtig runter. Lassen wir. Bing. Sind übrigens die originalen Sounds, die sie damals schon in Titan Quest hatte. Ja, komm her. So, bisschen Leben regenerieren. Alter, diese Mücken, die gehen dann auf den Sack. Ja, jetzt aber hier. Hm. Ach, das war aber in Zweihand, ne? Nö. Einhänder. Dankeschön. Drei Schlag. Wechseln wir noch mal eben die Waffe. Es waren auch nur drei. Eins, zwei, drei. Zwölf oder dreizehner Rifthund. Also, ihr seht ja jetzt keinen Unterschied, außer dass die eine magische Waffe hier Kälteschaden hat. Ah, aber wir können sie ja aufwerten. Was haben wir denn hier? Verbessert Waffen. Plus 5 Durchschlag. Blutungsschaden über 3. Ah, 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 ah. Ringe verbessern. Äther. Was haben wir denn noch? Komplett. Nehmen wir mal hier das Ding an und packen das auf die Waffe drauf. Bist du sicher? Ja. So. Armes Pferd. Ich weiß nicht, ob ihr das Kältchen auch so gut hören könnt, aber das ist mit diesen Fliegen, als wenn die mir durch den Kopf fliegen würden. So hört sich das an auf den Kopfhörer. Ist schon extrem. So, was ist das? Unberührte Mahlzeit. Gut, dann machen wir erstmal oben die Ecke weg. Da wird doch bestimmt irgendwas rumhängen. Ein Zelt. Nehmen wir mal nicht mit. Achso. Da waren wir direkt dran vorbeigerannt. Blinde Fisch. Trap, 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 trap. Mücken. 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 Leck mich. Seh nix. Da. Kommen die auch noch an. Na. So, dann gehen wir mal hier links um die Ecke. So. Was haben wir hier? Ach, wieder so'n Standardring, der überhaupt nix bringt. Schön, diese Schatten-Effekte. Schön, diese Schatten-Effekte. Eisenstücke. Wer braucht denn Eisenstücke? So, die beschädigte Klaue sortieren wir gleich mal wieder nach rechts ein. Na, komm schon. Zack. Was haben wir hier noch? Ach, das war so'n Dorn. Können wir auch noch kombinieren. Knirsch, was ist denn das? Das war unsere alte Waffe. Patchwork-Gamaschen. Gucken, was bringen die überhaupt an Kohle? Hm, steht ja gar nicht. Ich dachte, er steht dabei. Schade. Könnte man nämlich entscheiden, ob man den ganzen Scheiß überhaupt mitnimmt. Ich geh' davon aus, er bringt nicht viel. Huch. Undis. Na, komm, schauen. Mal einen Trick einwerfen. Das war's. Schuppige Haut. Haben wir noch nicht. Also diese, diese, diese... Artefakte, sag' ich mal, die gibt's hier auch zuhauf. Das konnte man damals bei Titanquests ja auch... Diese, ich weiß nicht, hießen die Artefaktscherben? Ich glaub schon. Da wurde man auch nachher richtig zugeschmissen mit. Und wenn man seinen Charakter mehrfach durchgespielt hat, also das Level... Level sag' ich schon. Die Level öfter durchgespielt hat. Man wusste gar nicht mal, wohin mit dem Scheiß. Na. Müsste mal was gegen Kälteschaden machen. Weil die verlangsame einen dann doch schon ganz schön, wenn die hier zu zweit, zu dritt unterwegs sind. 45er Rüstung. Geil. Na. Zack. Und wie ihr seht, alles wieder zugeklumpt. So, dann gehen wir mal schnell in die Stadt verkaufen. Den ganzen Plummquatsch. Gehen wir mal an Devil's Crossing. Ich sollte ja eigentlich noch für den, für den, für den Dings hier... Wie heißt er da noch? Ich vergesse das immer. Armand. Fleischgeformte Mutanten erschlagen. Da muss ich nochmal gucken, wo ich die wieder finde. Ja, ja. Gib mir einen schönen Preis. Weg, weg. Hatten wir alles schon geguckt. 0,5 Gesundheit haben wir angelegt. Oh. Der hat ja zwei. Tauschen wir die doch. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Verkaufswert vier. Zweifel, diese Rose. Also so wirklich teuer. Oder sagen wir mal so wirklich wertvoll ist der ganze Mumpitz nicht, den wir da kriegen. So. Zehn Giftsteine über fünf Sekunden. Gesundheitsregeration. Da haben wir aber zehn Prozent Elementwiderstand. Das ist mir momentan ein bisschen wichtiger. Vor allem wegen diesen zehn Prozent... Ne, wo sind sie da? Zehn Prozent Kältewiderstand. Das haben wir ja gerade gesehen. Die hauen uns dann doch schon ganz schön rein. Wenn die zu mehreren da ihre Blitz-Dings-Geschichten abschießen. So, die kommt weg. Die brauchen wir auch nicht. Die Zauberrüstung braucht keine Sau. Zack. Keine Boni drauf lohnt sich nicht. 32 Euro ist zu lohnt sich nicht. Schrott. Die behalten wir mal im Inventar. Na komm schon. Das packen wir da rüber. Und zurück geht's in die Höhle. Und da lang. Zack. So. Und da stehen wir wieder vor dem nächsten Ebene der Höhle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns dann auch in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao.